Moin Moin und herzlich willkommen zu Super Animal Royal. Ich bin mal wieder kein Hoppel und wollen wir mal wieder hier so ein... Was ist das? Temporär... Achso, die können wir gar nicht nehmen. Können wir gar nicht, wir können nur Solo machen. Okay, dann machen wir Solo. Ich dachte, wir können wieder hier mit schneller laufen, also so einen mysteriösen Modus machen, aber können wir nicht. Okay, alles klar. Wir sehen uns ins Rund, also bis gleich. Ich werde mir nur mal eben anmerken, was das hier für eine hässliche Kuh ist. Ich glaube, zum ersten Mal sehen wir eine Kuh, ne? Oh, guck mal da! Der hat ein kleines Schweinchen dabei. Der hat ein kleines Schwein dabei. Ein ganz kleines Schweinchen. Cool. Ach komm, wir wollen hier auch direkt runter, oder? Ein Schnorchel. Keine Ahnung, wofür. Oder ein Messer und Gabel. Jawoll. Erstmal hier schön hochhealen. Stirb! Nein, ich nicht. Ich habe nichts mehr zu meilen. Ich muss mich hochhealen. Ich habe ihn getroffen. Er ist vergiftet. Scheiße, ich habe mein Dingsen liegen gelassen. Da ist keine Munni mehr drauf. Ach, Mann! Gebrochenes Herz. Ich hätte ihn vergiften müssen, aber ich weiß nicht, wo ich die Waffe hingelegt habe. Mann, bis gleich. Auf geht's, ab geht's, ab geht's, ab ins das Gerümmelchen. So, hier hätten wir schon mal eine Level-2-Arrüstung. Eine Sniper-Kugel. 77er-Schaden. Jawoll. Oh, Mann, oh. Er kommt schon. Jawoll. Erstmal hier hochhealen. Spatzenwerfer. Okay. Scheiße! Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, ist der Runde. Guck mal, hier soll doch auch irgendwo der Quest-Tübi sein, oder nicht? Irgendwo ein geheimes Labor. Das ist für mich kein geheimes Labor, aber okay. Alter, das wäre doch geil, wenn ich ihn damit töte, oder? Ja! Ich habe ihn damit getötet. Mit dem Emo-Typ. Ich bin einfach so gut. Habe ich gehört. Aber ich brauche auch noch eine andere Waffe. Ist er tot? Ist er gewischt? Ne, ne? Ja! Jetzt habe ich ihn erwischt. Uh, ha, ha! Da, 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 da. Uh, da ist noch einer. Ach, komm! Komm mal, dieser Typ hier, ne? Der sagt, hör, was ist, Welpe? Wie du zu meinem geheimen Labor, Labor kommst? Nun, das kann ich dir leider nicht sagen. Mein Labor, Labor zu finden, ist nun mal der gesamte Test. Aber mit einem kleinen Hinweis, wette ich, wird ein schlauer Welpe wie du, wird es herausfinden. Komm und finde mich. In einem sehr sandigen Land. Wenn du erschaffst, mich zu finden, werde ich wissen, dass du der Typ Welpe bist, dem ich die Geheimnisse anvertrauen kann. Du kannst die Geheimnisse von, oh, ich habe zu viel gesagt, komm mich suchen. Oh, und versuche nicht, du weißt schon, auf dem Weg getötet zu werden. So, das ist für mich ein sandiger Land. Wir müssen da ihn irgendwo finden. Seid er hier oder in der Pyramide oder irgendwo so. Irgendwo, Isa. Okay, let's go. So, Forschungsklabor. Guck mal, hier springen ja schon die meisten ab. Meine Spritze. Nein, aber du bist verkifftet. Okay, die Runde zählt nicht. Let's go. Wir sind hier auch direkt im sandigen Land. Also der muss ja hier irgendwo sein. Ich brauche jetzt mal eine Schutzrüstung. Da ist ein Nickel. Jawoll. Und hier ist er übrigens. Erstmal schon was zu füllen. Oh, Mann. Nächste Runde. Diese verrückte Maus mit dem Erdbeerkostüm hat auch ein kleines Schweinchen. Alter, diese Maus sieht aber mal richtig crazy aus. Oder hat auch ein kleines Schweinchen. Ich will auch ein kleines Schweinchen. Hier, die Eule streikt. Hat keinen Baum mehr. Ich will auch. Guck mal da. Verrückt. Okay, bis gleich. Nö, 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 jetzt, ja, wir kommen, wir würden dran vorbeikommen. Ich will da hin. Wir haben ihn jetzt immerhin gesehen, wir wissen, dass er existiert. Super Animal. Hier ist irgendein Resort. Super Bambus Resort. Gibt's bestimmt auch legendäre Waffen vielleicht oder so. Attacke. Aber schon wieder hier diese Igel. Was wollt ihr alle hier? Ja. Wofür ist er schneuchelt? Ich weiß es gerade nicht. Da hat er nur noch gecatcht. War das nicht hier drin? Du warst auch hier. Betrug. Muss man das aufschießen? Huch. Es ist nicht hier. Oh, ein 30er. Er kommt von hinten, oder? Er ist weg. Mano. Oh nein, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wofür habe ich denn das unmögliche Tapen? Das ist wieder so ein Riesenweg wahrscheinlich, ne? Ich bin gerne im Gift. Lauf. Lauf. Mal eben ein bisschen trinken. So. Oh, es geht weiter. Es geht weiter, aber egal. Hier können wir uns wieder hochheilen. Oh, da ist einer. Da war einer. Ist er gleich weg? Muss ein. Ich überroll dich. Jawoll. Habe den Luka gezeigt, du. Lass mal hier schön komplett hochheilen. Zehn Spieler nur noch übrig. Ja, und ich komme aus dem Gift raus, weiß. Oh, nachgeladen ist er auch. Oh, nachgeladen ist er auch. Vor allem wird es noch mal enger, ne? Ich bin hier nur im Gift, ey. Kommt da gar nicht mehr gegen an, ne? Weil ich zu lange hier drin bin. Schneller. Ich muss hier raus. Was willst du machen, ne? Die verrückte Maus hat bisher überlebt. Okay, eine ohne Meinung. Beschauen, weil er es ein Schwein bei sich hat. Okay, bis klar. Go, go, go. Letzte Runde, letzte Runde. Go, go, go. Letzte Runde, letzte Runde. Er hat ja immer so ein Geheimlabor, ne? Das muss ja nicht immer zwingend da sein, oder? Das kann auch hier irgendwie sein. Da ist eine Kiste. Okay. Keine Ahnung, wofür das ist. Und hier ist schon wieder kein geheimes Labor. Okay. Scheiße. Scheiße. Okay, nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche. Hörst du? Vielen Dank, für's Zuschauen. Bis dann. Vielen Dank.